Kommt ein Mann, fünf Minuten vor sechs, mit einem Messer im Rücken zum Arzt. Und er sagt, oh Herr Doktor, Sie müssen mir helfen, ich habe ein Messer im Rücken und so. Und der Arzt guckt auf seine Uhr und sagt, tut mir leid, junger Mann, das ist fünf vor sechs, ich habe jetzt Feierabend. Aber Sie müssen mir doch helfen, das tut doch so weh und so. Er sagt, ich habe Ihnen das Kram schon erzählt, wir haben jetzt zwei Minuten vor sechs, ich habe Feierabend. Und er fängt wieder an und sagt, oh Sie müssen mir doch helfen, das tut doch so weh und ich blute. Er zieht das Messer aus dem Rücken, sticht ihn das ins Auge und sagt, gehen Sie zum Augenarzt. Der hat bis acht Uhr auf.